Herzlich Willkommen bei den Möbelmachern in Unterkrumbach neben Herzbruck im Nürnberger Land, in dem wir Ihnen vor allem ein gesundes und glückliches neues Jahr wünschen. Natürlich sind wir auch zwischen den Feiertagen für Sie da und freuen uns über spontane Besuche, aber noch mehr über Angemeldete. In diesem Newsletter geht es um die perfekte barrierefreie Küche, die wir für die Messe in Viva in Nürnberg gerade entwerfen und die bei Ihnen zu Hause reinpassen könnte, wenn wir rechtzeitig erfahren würden, dass Sie so etwas brauchen könnten. Aber es muss leider sehr schnell gehen. Außerdem suchen wir noch eine engagierte und frohgemute Köchin oder Koch im leichten Rollstuhl, die Lust hätte, mit uns die Küchenshows zu moderieren oder einfach mitzukochen. Sollten Sie so jemanden kennen, schicken Sie diese Mail doch bitte weiter oder uns Ihre E-Mail-Adresse. Wir erzählen im Video und im Blogbeitrag die ganze spannende Geschichte von unserer neuen Eichenküche, die auf der Heim- und Handwerk Premiere hatte und in der Zwischenzeit 60 cm kürzer in unserer Ausstellung schon wieder bekocht wird. Wer zwischen 3 und 6 m Platz hat und die Vorteile einer Ausstellungsküche genießen möchte, schicke uns bitte einfach seinen Grundriss, dann können wir schauen, ob sie bei Ihnen reinpasst. Ach ja, und das Gleiche gilt auch für unsere Rüsterküche mit heimischem Granit, über die man ab 4,20 m nachdenken könnte. Besuchen Sie uns einfach, denn in wenigen Minuten haben wir anhand Ihrer Maße, also der Maße Ihres Raumes, erste Zeichnungen für Sie erstellt, die die weiteren Entscheidungen wirklich sehr erleichtern. Wir haben einen neuen schwarzen Yoga in unserer Ausstellung, wir empfehlen Ihnen den Hirtentag am kommenden Sonntag in Herzbruck und suchen nach einem netten Menschen, der uns beim Saubermachen der Sozialräume helfen würde. Wir wünschen einen wunderbaren Jahresanfang und Grüßen aus Untergrumbach. Bis bald!